Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zum Sonntagsspaziergang vom Rasenfreak. Ja, es ist der zweite November, es ist dritte, 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 dritte November. Es ist Sonntag und wir haben nochmal einen herrlichen Herbsttag, dritter November. Ich habe gestern die ganze Fläche gemäht, glaube zum letzten Mal gemäht. Heute Nacht hatten wir Frost, hier können wir mal ein paar Bilder hier einblenden. Richtig toll in ersten Frost, aber in diesen Wochen werden schon wieder ein bisschen wärmer wahrscheinlich. Aber es gab schon Frost, wir rennen nochmal über die Fläche. Ich zeige euch nochmal so ein bisschen, wie es aussieht und das war es für heute. Also viel Spaß mit dem Video, los geht's. Ja, das erste, was ich euch zeigen möchte, ist die Festuka-Fläche. Die Festuka-Fläche, die hat uns wirklich Probleme gemacht. Ja, die Festuka-Rupra ist tatsächlich, der Rotschwingel ist tatsächlich eine echte Diva. Ich zeige mal gleich hier so die Hauptschäden. Und zwar da, wo ich, gehen wir hier in den Schatten rein, sieht man vielleicht ein bisschen besser. Hier, wo ich mit dem Rasenmäher immer auf der gleichen Spur mit dem Sabu, war das, längs gefahren bin, sieht man ganz deutlich, wie das Gras das überhaupt nicht verkraftet hat. Hier um die Metallkante herum, diese Schäden durch die mechanische Belastung, durch den Rasenmäher, der hat wirklich hier das ganz junge Gras gleich wieder weggefräst. Und was man natürlich auch jetzt sieht, ganz stark, ist Unkraut. Und was man auch sieht, ist, schauen wir mal, das ist ein Lulium. Ja, das kann natürlich auch sein, dass jetzt hier von der Fläche ein bisschen was runtergefallen ist. Ich hätte die noch mal nachgesät. Aber auch hier weiter hinten haben wir auch hier Unkraut. Und, was ist das? Auch ein Lulium. Auch hier haben wir, obwohl es eine reine Festuca war, auch eine Lulium. Was mache ich jetzt damit? Mist. Nehmen wir da rauf. Ja, und die ganze Fläche ist tatsächlich noch sehr, 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 sehr lückenhaft. Die Festuca Rupra, der Rotschwingel, tut sich echt schwer, hier jetzt die Fläche dicht zu machen. Und jetzt im Herbst, obwohl wir gar nicht so spät angesät haben, ich habe vielleicht wieder ein bisschen früh angefangen zu mähen. Jetzt haben wir das mal sein gelassen mit dem Mähen, haben wir es jetzt auch ein bisschen rauswachsen lassen, das Gras. Man könnte es jetzt noch mal übermähen, aber wir haben gesagt, komm, lass sein jetzt. Lass es so, wie es ist. Wir werden noch ein bisschen jetzt die Unkräuter herauszupfen und dann ist gut. Aber wir werden zum Rotschwingel. Ich wollte es dieses Jahr machen. Machen wir wahrscheinlich erst im nächsten Jahr oder wir machen so ein Wintervideo. Ich werde zum Rotschwingel noch mal ein ganz ausführliches Video machen zu diesem sehr interessanten Gras, das ja sehr nachhaltig ist. Wenig Wasser, wenig Stickstoff braucht. Das auch sich wirklich schon sehr, sehr gut hier auf der ganzen Fläche ausgebreitet hat. Dazu kommt noch mal ein Video mit aller Ausführlichkeits- und Brotschwingel, denn ich finde das gerade schon sehr, sehr schick. Gut, schauen wir noch mal auf den Abschlag schnell. Hier haben wir ja eingesät vor zwei Jahren die Rasenmischung Dunkel Nummer 10 von Mein Schöner Rasen. Die sieht nicht schlecht aus. Ich hatte hier ein paar Löcher tatsächlich erzeugt. Ich habe nämlich hier, das sieht man tatsächlich immer noch, ich habe hier und an dieser Stelle, und hier sieht man das noch deutlicher, habe ich die Agroste Stolonifera mit heißem Wasser getötet und dann die Dunkel Nummer 10 nachgesät. Und was man hier sieht, ist, dass man tatsächlich hier immer noch so diesen runden Fleck vom heißen Wasser sieht. Ich habe mir das so erklärt, dass natürlich durch das heiße Wasser auch das ganze Bodenleben abgetötet wurde und dass das tatsächlich hier dem Wachstum nicht gut getan hat. Insgesamt sieht die Fläche wirklich nicht schlecht aus. Ich habe sie noch mal richtig runterrasiert hier auf 19 Millimeter, glaube ich, mit dem Sichelmäher. Also die gefällt mir gut. Die hat jetzt ein bisschen mehr Stickstoff bekommen, weil tatsächlich hier, sonst tatsächlich auch hier die Festuca dominiert. Das sieht man auch deutlich, hier ist tatsächlich sehr viel Festuca drin. Und die Lolium, die hat sich gar nicht so gut durchsetzen können. Diese dunkle Lolium, die Corsica. Also hier hätte man tatsächlich deutlich, hier hätte ich deutlich mehr Stickstoff düngen müssen. Mal gucken, wie wir das nächstes Jahr machen. Aber die sieht jetzt tatsächlich im Herbst gar nicht so schlecht aus. Gut, schauen wir weiter. Ja, hier auch alles nochmal schön abgemäht auf 40 Millimeter. Also auch nicht höher. Das sieht natürlich super aus. Hier das hochgeschnittene Gras. Richtig schön, richtig sattgrün. Ganz großartig. Nichts drin. Ich sehe hier keine Poa blühen. Ja, wenn man genau hinguckt, gibt es hier auch noch ein paar braune Stellen. Aber sonst, klasse. Die Ferbefläche sieht jetzt oberflächlich betrachtet. Wenn wir hier mal so runterfilmen, da an der Südkante entlang, auch richtig gut aus. Aber die hat nach wie vor, nach wie vor die Schäden durch den Dollarspot, die ist nach wie vor sehr lückig mit vielen braunen Flecken. Das sieht man jetzt nicht so gut. Aber die hat sich tatsächlich nicht wirklich gut erholt. Hier habe ich eine Infiltrationsmessung durchgeführt. Hatte ich ja in so einem Short kurz gezeigt. Hier auch dann mit dem Doppelring-Infiltrometer. Über 200 Liter pro Stunde läuft hier weg. Und das ist ein extrem hoher Wert. Und das könnte eben der Grund sein, warum auch hier auf dieser Teilfläche, wir haben ja hier einmal kräftig mit Stickstoff nachgedüngt, auch der Stickstoff nicht wirklich gewirkt hat. Also der Unterschied zwischen der nicht gedüngten und der hier mit vertile Speed gedüngten Fläche, der ist kaum zu erkennen gewesen. Wirklich kaum zu erkennen gewesen. Also meine Hypothese ist jetzt, dass doch, es hat danach sehr stark geregnet nach der Düngung, dass doch der Stickstoff einfach weggespült wird. Einfach weg, zu tief weggespült wird. Das ist schon echt ein Drama hier mit dieser Wasserdurchlässigkeit. Und ich habe tatsächlich mich auch entschieden, jetzt hier auf der Fläche nochmal eine Bodenanalyse zu machen. nochmal eine Körnungs-, eine Korngrößenverteilung, eine richtige professionelle Korngrößenverteilung machen zu lassen. Bei einem Bodeninstitut verlenke ich unten euch in der Beschreibung. Weil ich schon wissen möchte, ja warum ist das hier so krass mit der Wasserdurchlässigkeit? Habe ich vielleicht doch zu viel Sand auf die Fläche geschmissen? Und eben die Theorie ist ja, wenn das alles weggespült wird, wie soll dann die Pflanze an die Nährstoffe herankommen, wenn die nicht vom Boden festgehalten werden? Das werde ich mit der Fachfrau von diesem Institut dann mal ganz genau diskutieren. Erfahrt ihr bestimmt in einem der nächsten Videos. Gut, gehen wir auf die Südkante. Die sieht noch richtig gut aus. Die sieht richtig gut aus. Bis auf hier diesen Fleck, hier war ja die Eiche und das haben wir ja abgedeckt. Und das sieht man auch interessanterweise ziemlich deutlich, auch relativ kränklich hier diese Fläche. Sehr viele kranke Flecken auf diesem Bereich, wo wir die Eiche entfernt haben. Der ganze andere Bereich hier, die ganze Südkante, die sieht jetzt auch in diesem ganz tiefen, wirklich tiefen Sonnenlicht, sieht die echt super aus. Ich denke mal, wenn die Sonne von oben scheint, wird sie vielleicht ein bisschen löchriger aussehen, aber die ist jetzt nochmal so im Herbst, Anfang November in einem Top-Zustand. Das ist der Hammer, also da kannst du ja mal rankommen. Na klar, hier Wurmhäufchen haben wir natürlich auch, aber sonst ist die echt dicht und viel Festuca drin, ein bisschen Lolium drin, ein bisschen Agrostes drin, obwohl man die Agrostes gar nicht so sieht. Die fällt gar nicht so auf. Allerdings hier, hier, in diesem Bereich, hier war immer schon sehr viel Agrostes-Loniferer, vielleicht Stausgras. Und hier sieht man tatsächlich auch hier die Dollarspots. Die Agrostes hat am meisten durch diese Dollarspots gelitten. Hier überall die Flecken, die sind natürlich jetzt im Schatten und deswegen fallen die nicht so auf. Aber auch hier, auch hier sehr viele kleine Flecken. Das ist schon interessant, dass hier gerade die Agrostes-Loniferer schon wieder, schon wieder Hubschrauber. Egal, ja. Los, es fliegt weiter. Das ist schon echt interessant, wie die Agrostes-Loniferer echt unter diesen Dollarspots leidet. Auch auf meinem Grün sieht man das sehr deutlich. Ihr seht die langen Schatten, wie tief jetzt schon die Sonne steht. Hier sieht man also auch hier ganz viele Flecken, braune Flecken, die man aber der tiefstehenden Sonne gar nicht so gut sieht. Also hier ist doch schon deutlich, da hier kaputt gefressen, da kaputt gefressen. Diese Fläche habe ich immer noch auf 5 mm gemäht. Also hier bin ich noch nicht hochgegangen. Ja, man könnte die ein bisschen anheben, vielleicht auf 7 mm, aber es gibt da ganz unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, lass die Schnitthöhe so, wie sie ist. Die anderen sagen, ja, du musst die Schnitthöhe schon anheben. Habe ich jetzt auf der Ferbefläche auch gemacht. Hier bin ich von 11 auf 5 mm hochgegangen. Hier bei der grünen Fläche bin ich noch bei 5 mm. Logisch ist natürlich, dass wenn das Gras länger ist, wenn mehr Blattmasse da ist, mehr Fläche da ist, dass dann natürlich bei Sonnenschein, wie jetzt bei diesem tollen Wetter, dass dann natürlich die Chlorophyllbildung noch gut funktioniert, besser funktioniert. Je mehr Fläche, desto mehr hat die Pflanze die Möglichkeit, noch Chlorophyll zu bilden. Das sieht man auch an den hochhohen Stellen. Die sehen schon deutlich besser aus. Also die sehen echt deutlich grüner aus als die kurzgeschnittenen Flächen. Aber gut, ja, könnt ihr doch nochmal schreiben. So eure Erfahrungen und eure Meinungen dazu. Bin ich sehr gespannt. Gut, ja, die letzte Fläche liegt leider schon im Schatten. Unser Amberbaum, der hat noch eine schöne Herbstfärbung. Der lässt aber auch schon die Blätter fallen. Der wird hier sein Korsett verlieren. Der darf also ab nächstes Jahr hier frei stehen. Und hier auf der Ostfläche haben wir immer noch links den schlechten Boden. Das sieht man auch nach wie vor. Rechts, jetzt hier im Schatten, sieht man es vielleicht auch ein bisschen kontrastreicher, haben wir ja hier den besseren Boden und haben auch eine ganz tolle, dichte Festuca, Lolium, vielleicht auch ein bisschen Pratensis-Fläche drin. Aber wahrscheinlich, also vor allen Dingen Festuca hier, ja, so einen braunen Fleck haben wir ja auch. Also man sieht auch hier so ein bisschen Krankheiten in der Rasenfläche. Aber nicht so krass. Die hier sieht echt schön aus. Also wenn meine ganze Fläche so wäre, wie hier auf der Ostseite zur Terrasse hin. Traumhaft. Gehen wir ganz kurz noch zu dem Sodengarten. Wir haben ja hier einen Sodengarten angelegt. Die Fläche habe ich ja hier auch, Festuca, Rupra, vor allen Dingen, brutal runtergeschnitten. Und die hat sich jetzt tatsächlich gefangen. Die war auch erst total braun und kränklich. Und die, die wird langsam auch dicht und ist wieder grün geworden. Und da, da haben wir ja, die Idee ist ja vor diesem Sodengarten hier Reparatursoden auszustechen. Und hier haben wir ja für diese einen Fleck da auf der, auf der Westseite haben wir ja hier die Soden ausgestochen. Und dann habe ich hier nachgesät mit Kompurasenerde. Kompurasenerde. Ich dachte, probiere es mal aus. Auch natürlich eine reine Festuca hier angesät als Nachsaat. Und ihr seht ja selbst, doll ist das auch hier nicht geworden. Auch hier ist die Festuca nicht so richtig gut und auch flächig, überhaupt nicht flächig, gut gewachsen. Selbst in dieser Kompurasenerde. Ich weiß auch nicht. Also, tja, man sieht auch so ein bisschen bräunliche Halme hier. Die hat sich jetzt wieder ein bisschen gefangen, aber die war sogar noch schlechter zwischenzeitlich. Und dagegen die andere Fläche sieht echt super aus. Ja, vielleicht zum Schluss nochmal ein Status zu unseren Töpfen, zu unseren Rasenarten, die wir hier eingetopft haben. Das waren teilweise auch natürlich etwas ältere Saatgutproben. Aber die entwickeln sich, naja, unterschiedlich. Also, was ich erstaunlich finde, ist hier das Fleum Pratensee. Also, das Gras, das sieht fast noch am schönsten aus. Die anderen Gräser krepeln wirklich so vor sich hin. Gut finde ich hier noch, ein bisschen dünn, aber sehr schön kräftig und auch schön dunkelgrün ist der Rohrschwingel, die Festuca Aroninacea. Die Lolium, die wächst schon ordentlich in die Breite, die könnte jetzt mal geschnitten werden. Und die Rasenbischung sieht natürlich auch nicht schlecht aus, weil da viel Lolium drin ist. Also, man sieht ganz klar, dass ein bisschen die Sonne rum, gehen wir mal ein bisschen hier wieder auf unser Grün, auf unser schönes Grün, hier in die Sonne rein, auf die Südkante, die berühmte Südkante vom Rasenfreak. Sieht nicht schlecht aus, sieht nicht schlecht aus. Ja, also, was ich sagen will, man sieht natürlich, jetzt ist Herbst, wir hatten schon Frost, es wird jetzt tatsächlich kühler, es gibt weniger Licht auf die Rasenfläche und das heißt, das Wachstum stoppt. Wir haben jetzt Pause, wir werden auch eine Pause machen, wahrscheinlich jetzt im Januar, aber jetzt gibt es auch nicht mehr ganz so viele Videos am Samstag vielleicht dann noch mal das ein oder andere Video hier aus der Werkstatt oder auch aus meinem Büro. Ich habe noch ein paar interessante Themen, gerade das Thema Jahresplanung, also Düngerplan für nächstes Jahr, Nährstoffverteilung in Düngern, werde ich noch mal ein Video zu bringen. Okay, aber sonst wird es jetzt natürlich weniger werden, auf jeden Fall, also, also, ich wollte sagen, abonniert mich gerne, wenn ihr das mögt, könnt ihr auch jetzt noch tun, dann verpasst ihr eben die vielleicht auch noch ganz interessanten Videos im Winter nicht, sonst, ja, geht es im nächsten Jahr wahrscheinlich erst wieder richtig los. Danke fürs Zuschauen, ich freue mich auf euch im nächsten Video, tschüss, was ist jetzt? Ich winke in die Kamera. Achso. Und fahr auf deinem Körper. Tschüss. 15, ja. Stimmt genau. Stimmt genau, 15 und 5, nochmal nachgemessen. Wenn ich nichts Falsches sage. Ja, was haben wir hier? Komm, wir sind das auch nochmal. Hier das Ruhegrad. Ja, was habe ich gesagt? 40? Ja, höher auf keinen Fall. Eher 35 bis 40. Sieht natürlich super aus, das ist natürlich nicht schlecht. Ja, 40. Doch, das ist 40. Alles gut. Mann, was für ein schöner Tag. Herrlich. Herrlich.